Oh, Zilla-Smin erinnert wieder zu sprechen, hehehe! Oh Mann! Was hab ich hier so? Ach so, ich hab mir schon gegner. Ich komm mit nur einem Schlüssel drin, alles klar. Gehen wir mal da rein. Scheiße, ist auch ein Schlüssel. Hallo? Hier braucht ein Schlüssel, da braucht ein Schlüssel. Ist ja irgendwo drin. Oh. Okay. Okay. Vorher hier unter Wasser. Nein. Okay, ich hab mich schnell getroffen. Die Fackel. So. Oh Gott, sich die Maus ein bisschen verändert. Halt ein bisschen langsamer, aber irgendwie. Schauen wir mal danach, ob geht. Bisschen höher. Ja. Oh ja, ich hab mich doch gern. Musste erst mal. Obwohl nicht. Ja. Das ist mir nischt. Hm. Immer noch nicht. So. Alles. Wir müssen dann zu schnell. Ja. 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 Muss sein. Schauen wir mal zurück. Ich hab jetzt nicht so viel achtet. Oh so. Einen roten Schlüssel hab ich eingesammelt. Na gut. Roten Schlüssel. Rot. Ein bisschen lecker. Ein bisschen lecker. Oh. Oh. Da wollte ich die Gaussbomben werfen, aber... Kannst du nicht mehr schnell noch angehen? Was sieht doch aus, wenn da was rauskommen will. Wollen wir nicht. Das haben wir. Na ja. Und wenig Schrotten. Nicht so. Und. Oh. 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 Das ist immer gut. Ey. Oh. Oh. Ach. Die verrückte. Oh. Ach. Da wird mal Edel zu benutzen. Oh. Das macht man nicht. Das ist aber. Wurzum. Oh. Oh. Schau. Sie kommen weg. Ah, besser als Acupuncture! Alles klar! Bleh! Okay, alles klar! Sieht's aus, als könnte man das irgendwie aufmachen, aber... Nö! 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 Glaube Fahne! Hallo? Ja! 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 Der zieht halt immer so hoch die Fäuße. Oh, schau! Du kommst apart! Naja, 3 O. Den Weg wird... Oh, denkst du ja schon voll. Na gut. Ich weiß immer noch nicht, was dieses blöde Piepen macht. Oder wo die herkommt. Naja, denk mal, ich wird's vielleicht noch groß. Oh. Oh, Sprinterpersonality! Was ist hier explodiert? Blöde Bienen! Ah! Oh. Okay. Hier auch immer silberner Schlüssel. Alles klar. Was? Boah, Scheiße, komm hier jetzt, Alter! Ha! Yep! Wo ist denn der Granatwerfer? Ah ja. Oh! Ach! Hm... Nee! Kann man zum Glück hier gespeichern. Das ist zum Glück nicht als heutig. Oh! Der hat dann doch ein bisschen Schaden gemacht. Wo war er noch damit? Naja. Ich ducke hier unten lang irgendwie... Medikatron. Das war hier. Ich glaube ich nehm aber trotzdem mal das... ...miket... 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 Ah! Den kann ich gebrochen zwar. Den Weg auch. Schon. Alles klar. Ich muss dann trainieren. Ich hole meine Linkspunkte. Ich habe noch keinen Zielbuch gefunden. Die ist natürlich nicht. Äh... Der hat es, glaube ich, voll. Ich habe ihn jetzt auf. Ne, okay nicht. Ich habe doch irgendwo den Schlüssel gefunden. Warte, hier? Ich glaube, oder hier? Ja. Oh! Oh! Cowabunga! Hm. Blöde Bienen. So. Könnte ich hier mal Quicksilfe machen? Und... Bienen habe ich. Ah! Au! So, aber... Schauen wir mal. Den Silberner Schlüssel habe ich jetzt eingesammelt. Oh, den benutze ich erstmal noch nicht. Ich guck mich erstmal hier um. Kann ich die mitnehmen? Au! Scheint man nicht. So, silberner Schlüssel. Hallo? Oh! Oh! Moment mal! Oh! Die Tyrone Schlüssel hier in der Ecke. Was ist hier los? Hm, hm, hm. War ich hier schon mal? Komisch, sieht nicht aus wie so ein Platz, wo hier eigentlich ein Schlüssel rumliegen sollte. Aber, naja. Was ist denn, was ist denn hier auch? Oh! 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 Na ja, ist nicht. Na ja, gut. Oh, ich bin schon fast tot. ich möchte vorher mal niemals immer noch nicht jetzt habe ich auch Hehehe Alles klar, Double Killzone Oh, der Kammer hat mir drückt Gucken wir mal von dem Möbel herkennen Oho, Siegur Dens Nice Wer macht da so ne Räuche? Wie komm ich da hoch? Hm, hier? Ne, da brennt's nur Guck, der guldene Schlüssel, der ist glaub ich nicht wichtig um hier das Level zu schaffen, sondern einfach bloß um hier so ne kleine Abkürzung zu schaffen oder so Weil wirklich was schönet ist ja hier nicht Oder? Wahrscheinlich muss ne Abkürzung hier führen Hihihihihihihi Jopp Hier bin ich Achso ne Fläsch doch Naja, aber komm Au Oh, das ist immerhin Du bist ein Mann, du warst ja Oh Siegur 2 Und dann? Du bist da mal hier so Achso, naja, hier hab ich grad die Granaten hingeworfen Alles klar Hallo Und dann mal den Bronzenschlüssel Äh Alles klar Äh, äh Bronzenschlüssel, den hab ich doch egal, dann können wir sehen Der war doch irgendwo... Äh Hier nicht Wo war der? Achja Achja, mein Bläschchen ist wirklich gut Aber naja So Hier vielleicht? Hallo? Ne, hier geh immer mehr zurück Warte denn... Ne Am Anfang war ja kein Bronzern Schlüsselloch Hm Hm Ne Hm Was ist immer noch diese blöde Piepen da? Ich weiß nicht Was das macht Weike schon Jopp Nur von einer Seite Ähm Probe ich mal rauf zu kommen Aber hier lag so bloß der Schlüsse Jo Schade, dass auf der Karte sind die auch nicht eingezeichnet Schade eigentlich Eigentlich Eigentlich, ob man kann irgendwo... Ähm Notiz auf der Karte entlassen Überleg mich nicht, oder? Ahja Hier war's Hallo? Hallo? Hm Irgendjemand hat mir immer noch ein bisschen Leben gestohlen Oh, hallo Hm 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 Wie benutze ich denn? Scheiße, küsse ich mir, Weike Die... Gegenstände benutze Zäh? Ahja Wollen wir den mal ein bisschen Luft machen Ich bin jetzt einfach fast tot Warte einfach ab Hm 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 Wo war denn hier noch... Hm Hm Okay Oh, da war denn hier Oh, da war denn hier Ich hab glaube ich... Ja, ich sprich ja bevor ich an der Tür hier war Ich hab glaube ich... Nimm mal eh mit Okay Ah Haha Wer hat die wohl noch hingeworfen Okay Jetzt spalten wir aber das mit der... Gasbombe Hm 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 Pss Gibt's noch mal am Bum Oh Biss mehr Wasser Änzeltes, kleine Schreck Ist hier wirklich ein Schreck? Hatte ich mich schon aufgesprengt? Okay Raketen Lösch Statuen Immerhin von fünf Schreckens Jut Alles klar, dann Haben wir das Geschafft mit dem Level Und Mehr sehen wir dann in der nächsten Folge Bis dann Bis dann Auf Wiedersehen Tschüss Abonnieren Prager Auf Wiedersehen Abonnieren In La